ja hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der olli1340 und heute ist mal wieder ein kurzes video angesagt weil die geburtstage reihen sich momentan wie perlen an der kette bei uns und da bin ich auch schon gleich beim thema lieber hans ich wünsche dir alles alles gute zum geburtstag lass dich heute feiern und ja denkt dran nicht zu viel weil morgen ist wieder ganz normaler tag aber du hast ja urlaub na ja ja in diesem sinne also alles alles gute von mir und von team kindsköpfe auf jeden fall ja eine kleine überraschung habe ich auch für dich so siehst hier steht mal wieder ein themodell und ich habe heute ein bisschen gebastelt und habe hier natürlich auch ein themodell gemacht ist natürlich ganz logisch und ja damit auch sie ist dass ich mich deiner ist mache ich mal licht an mache ich mal licht an da oben steht dein name papa tango wie du den baus das musst du selber entscheiden ich habe jetzt einfach mal so zusammengebaut wie ich das für für meines erachtens richtig halte schöne dunkel schöner nahe oben drauf und ja den blau denn den schwarz roth und habe ich nicht nicht getroffen habe ich nicht getroffen aber wir stellen jetzt mal auch ein parkplatz ich sehe sie schon dass ich hier müssen was gemacht habe ich stelle jetzt mal auch ein parkplatz sondern schlafe ich mal im moment und dann kannst du den auch in hellen sehen viele wenn wir sagen schon wieder ein themodell und und ja ist richtig momentan hat sich fast eine boiler eingefahren in ein auto momentan ist es wirklich so dass ich nur moment die modelle machen kann ich weiß nicht warum alles andere was ich versuche oder so geht in der hose irgendwie erkennt ja auch meine meine dinge sollte nicht also irgendwie in ansicht keine ursala drin kein kein gar nichts das musst du alles selber machen und blaue beleuchtung habe ich nach warum der jetzt komisch weil sie nicht keine ahnung ok so dann habe ich ja gesagt erst mal noch mal eine runde haja machen so da ist auch deine einer ich hoffe du hast spaß damit und auflieger kommen da habe ich jetzt momentan keine zeit zu wochen auflieger zu machen ich hoffe der gefällt dir hab spaß damit macht viele viele kilometer und nochmals alles alles gute zum geburtstag hans wir hören uns bis denne ciao ciao